Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan sieht's bei Bitcoin relativ gut aus, wir traden hier bei 37.800 US-Dollar. Was mir jetzt noch am Anfang vom Video wichtig ist, ich hab einen neuen Bildschirm und alles, also wenn die Videos jetzt ein bisschen anders aussehen oder wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dass ich ein bisschen näher ran zoomen soll, schreibt's einfach unten in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Lasst auf jeden Fall ein Like da unten, ein Abo und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 37.800 US-Dollar. Wir haben es jetzt hier geschafft, also ich hab hier mal ein Fibonacci-Retracement-Level gezogen. Felix hat's ja gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet, vom Swing-High, sag ich mal, zum Swing-Low hier. Wir haben momentan hier das Golden Pocket bestätigt, also das heißt, wir haben einen Wahllieden-Ausbruch, sag ich mal. Jetzt wird's halt wichtig, dass wir hier noch ein bisschen Kaufvolumen, wir sehen's hier unten, das Volumen ist deutlich abnehmend hier in letzter Zeit, dass wir hier mit Schwung übers 0,786er gehen und dann eine Bestätigung darüber sehen. Ansonsten halten wir uns im Endeffekt hier weiterhin unter dieser 1-Stunden-Supply-Zone, die extrem, extrem wichtig ist, dass wir hier nachhaltig drüber kommen, damit wir hier wirklich diesen Ausbruch sehen. Vielleicht nochmal eine Bestätigung hier des Monats-S1, also des Monats-Pivots und dann hier wirklich in den Bereich von 42.000 US-Dollar gehen. Hier wird sich dann auf jeden Fall entscheiden, wie es in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen dann weitergeht. Ansonsten, wir haben jetzt ein 7i-Gap bei ungefähr 37.700 US-Dollar. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten, wenn wir jetzt übers Wochenende die 42.000 US-Dollar sehen, dass wir dann vielleicht am Montag nochmal einen Retest hier in dieser Gegend rumsehen, ehemaliger Widerstand als Support bestätigen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Die zweite Möglichkeit ist weiterhin, wo ich persönlich immer noch nicht ausschließe momentan, dass wir hier wirklich nochmal in diesen Bereich von 32.000 US-Dollar gehen, um die ganzen Longs, die da unten eröffnet wurden, nochmal zu liquidieren. Hier unten diese 2-, 3- und 8-Stunden-Demand-Zone nochmal abholen und dann diese kleine 4-Stunden-Demand-Zone und dann hier vielleicht das Reversal schaffen. Also die Möglichkeiten bestehen weiterhin, halte ich auch weiterhin für möglich. Deswegen ausschließen möchte ich hier gar nichts, will euch auch nicht in irgendwas reinreiten. Momentan sieht es gut aus. Weiterhin gilt natürlich auch das Wyckoff-Schema, in dem wir uns jetzt hier, wir müssen auf jeden Fall nachhaltig hier über diesen 39.200 US-Dollar. Bringt alles nichts im Endeffekt. Wyckoff ist weiterhin möglich, dass wir auch hier nochmal eine Spring-Phase, würde mit dieser 4-Stunden-Demand-Zone hier unten zusammenpassen, nochmal ein bisschen höher gehen, dann nach unten gehen, hier unten diese 4-Stunden-Demand-Zone abholen und dann noch ein bisschen weiter konsolidieren, bis wir dann den Ausbruch sehen. Also das sind alles so Möglichkeiten, die ich momentan im Blick habe. Ihr seht, es gibt genug im Endeffekt, wo wir im Auge behalten sollten. Und sonst gibt es bei Bitcoin eigentlich wenig zu sagen. RSI ist mittlerweile wieder ein bisschen hoch, wobei 58 ist noch, sage ich mal, im neutralen Bereich. Müssen wir uns auch keine zu großen Sorgen machen. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Weiterhin unser hässliches Inverse Head & Shoulders hier. Wichtig ist, wir sind über dem S2 momentan, haben ihn auch schon zweimal als Support bestätigt, aber die 4-Stunden-Email-Ribbons sind hier auch noch Widerstand. Nächster Widerstand wäre dann hier bei 2.728 US-Dollar circa. Wir sehen es hier. Hier war es Support, hier war es Support, dann war es das erste Mal Widerstand und hier auch wieder Widerstand. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, dass wir hier drüber kommen, eine Bestätigung sehen, vielleicht noch ein bisschen konsolidieren, um dann in die nächste Range bei ungefähr 3.000 US-Dollar zu kommen. Warum ist diese Range so wichtig? Weil wir hier im Endeffekt viel getradet sind. Wir hatten hier viel, viel Support immer wieder gehabt. Und wenn wir dann jetzt hier wieder als Widerstand angesehen werden, beziehungsweise das erste Mal dann im Endeffekt als Widerstand angesehen werden, wäre das auf jeden Fall nicht gut. Deswegen 3.000 US-Dollar, erstmal einen Blick gehalten. Wäre auch vielleicht passend dann mit unserem Bitcoin-Chart, wenn wir hier auf ungefähr 42.000 US-Dollar gehen, würde Ethereum auch hier in dem Bereich um 3.000 US-Dollar ungefähr konsolidieren. Volumen abnehmen, RSI noch im neutralen Bereich, sage ich mal, aber ist schon hart an der Grenze. Aber sollten wir hier im Breakout sehen. Erstes Ziel auf jeden Fall so um die 3.000 bis 3.100 US-Dollar. Dann schauen wir uns auf jeden Fall noch Cardano an. Cardano, Key-Level hält weiterhin, 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Momentan hier am S1, das wird jetzt interessant, ob wir es hier nachhaltig drüber schaffen. Heißt, wir sehen hier eine Bestätigung in den letzten Ribbon hier rein, eine Bestätigung des S1 und dann versuchen wir hier diese blaue Linie bei 1,18 Dollar ungefähr anzutesten. Mehr gibt es bei Cardano nicht zu sagen. Schauen wir uns auf jeden Fall noch Luna an. Luna habe ich ja gestern im Endeffekt 2 Trades gemacht. Ich habe euch ja einmal dafür geben, wenn wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, das sieht man es ein bisschen besser. Oh, also hier stimmt irgendwas nicht. Ich wollte eigentlich in den 1-Stunden-Chart. So, jetzt. Gut. Ja, passiert mal in so einem Live-Video, wenn man nichts schneidet. Auf jeden Fall, wir hatten ja gestern hier diesen doppelten Boden. Ich habe hier unten den ersten Trade aufgemacht, den habe ich dann hier oben an diese 1-Stunden-Supply-Zone 50% zugemacht. Dann sind wir nochmal nach unten korrigiert, haben aber das letzte Low nicht mehr rausgenommen. Heißt, Stop-Loss-Entry im Endeffekt wurde nicht abgeholt. Und dann sind wir langsam hin nach oben gestiegen. Momentan traden wir bei ungefähr 52,77 US-Dollar. Preisziel von unserem Double-Bottom-Pattern würde hier grundsätzlich bei 57 liegen. Ich sehe aber erste größere Schwierigkeiten hier bei 55,50 US-Dollar. Ihr seht es hier drüben. Support, Support. Wir sind drunter. Widerstand. Und dann jetzt hier werden wir einfach wieder am Widerstandspunkt. Also hier auf jeden Fall den Bereich, wer hier in dem Trade ist, auf jeden Fall spätestens bei 55,50. Ein bisschen eher vielleicht sogar größere Profite nehmen. Ansonsten, der Bereich um 54 US-Dollar würde sich dann auch als Profit mäßig eignen. Gut, ansonsten, herzlichen Glückwunsch für alle, die den Trade gestern noch mitgenommen haben. Freut mich auch, wenn ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Es hat gar kein Volumen reingespielt. Wir sehen auch hier auf dem Weg nach oben, das Volumen ist deutlich abfallend. Also es ist auch kein perfektes Breakout-Volumen. Aber wichtig ist, das Ding steigt. Der Rest kann uns im Endeffekt egal sein. Gut, schauen wir uns Phantom an. Dafür gehe ich, Phantom, Phantom, ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Gehen wir an den 4-Stunden-Chart. Hier hat im Endeffekt unsere 4-Stunden-Demand-Zone gehalten. Wir haben es nicht mehr ganz an den Pivot geschafft. Aber diese 4-Stunden-Demand-Zone ist extrem wichtig. Auch die 4-Stunden-Email-Ribbons. Weiterhin deutlicher Widerstand. Also auch hier müssen wir nachhaltig auf jeden Fall drüber kommen. Dann wäre das technische Preisziel hier in dem Bereich bei ungefähr 2,55 Dollar. Hier befindet sich der 200er SMA. Also auch auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, hier, wer in dem Trade gerade momentan drin ist oder hier diese 4-Stunden-Demand mitgenommen hat, hier oben dann die ersten Profite zu nehmen beziehungsweise teilweise schon an den 4-Stunden-Email-Ribbons. Volumen. Wir hatten hier diese krassen Ausreißer, wobei das für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend aussieht. Volumen absolut abfallen. Also Phantom könnte jetzt auf jeden Fall heute im Laufe des Tages nochmal einen größeren Ausbruch sehen. Dann schauen wir uns mal noch Engine an. Gleiches Bild wie bei Phantom und wie bei Luna. 4-Stunden-Email-Ribbons. Hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Wir sind außerhalb der 4-Stunden-Email-Ribbons. Da wird es jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir hier in diesem Bereich von ungefähr 1,89 Dollar erst einmal kommen. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen. Dann schauen wir uns IOTA an. IOTA hat sich auch langsam erholt, aber dieses Inverse Head & Shoulders, da war ich von Anfang an nicht überzeugt. Das wisst ihr ja. Eher eine kleine Konsolidierungsphase. Wichtiger wird hier, sage ich mal, diese zwei Hochs hier im Endeffekt rauszunehmen, wo wir gerade momentan konsolidieren. Heißt der Bereich um ungefähr 0,84 Dollar. Darüber, dann wäre das nächste Preißziel ungefähr 0,94 Dollar, wo unser extrem wichtiges Key-Level ist. Hier wird es natürlich dann auch interessant bestätigen. Wir als Widerstand kommen wir wieder in dieses wichtige Key-Level rein. Also das behalten wir auf jeden Fall mal in den Augen. Sorry. Uniswap, wichtiges Key-Level momentan. Zwei Möglichkeiten, das haben wir auch im Livestream angesprochen. Entweder wir gehen hier nochmal in den Bereich von 5,86 Dollar rum oder wir versuchen hier langsam, aber sicher, hier diesen Blick nach oben. Wir haben uns momentan dafür entschieden, erstmal nach oben zu gehen. Da wird der Bereich um 11,95 Dollar ungefähr interessant. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Wir haben auch hier einen kleinen doppelten Boden, den wir momentan in Erbestätigung so halber ausgebrochen sind. Aber das Preißziel ist jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschen. Wir können es uns mal ganz kurz angucken, wenn wir hier das Preißziel sehen. Wir wären jetzt genau über unsere horizontale Widerstandslinie. Wäre extrem wichtig im Endeffekt. Die Frage ist, ob wir da genug Volumen wieder in den Markt kriegen, damit wir hier wirklich ausbrechen könnten. Gut, schauen wir uns auch ganz zum Schluss Dot an. Dot hält auch im Endeffekt hier unsere riesige Seitwärtsfahrten. Was heißt riesige? Im Endeffekt eine kleine Seitwärtsphase. Die haben wir gestern, glaube ich, im Video eingezeichnet. Seitwärtsphase einfach. Wichtig wird hier, dass wir hier nachhaltig ausbrechen. Aber ihr seht es auch hier. Die meisten Altcoins sehen relativ Bitcoin ähnlich. Wir hatten hier diesen Wig auch bei Bitcoin. Sind dann nach unten gegangen. Und jetzt konsolidieren wir so langsam nach oben hin. Hier wird es auch wichtig. 4 Stunden E-Mail-Ribbons plus der Monats S1. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz zum Schluss die News an. Die sieben wichtigsten NFT-Marktplätze im Jahr 2022. Wer sich für NFTs interessiert, schaut euch den Artikel an. Ich werde ihn euch später auf jeden Fall nochmal in die Telegram-Gruppe posten. Ihr wisst, was ich von NFTs halte. In dem Sinne nicht viel. Wie es momentan genutzt wird einfach. Aber ansonsten, ich wünsche euch einen schönen, entspannten Samstagmorgen. Schönen, entspannten Tag. Kommt in die Telegram-Gruppe. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto.